Ich hasse AAH FICKT EUCH FICKT EUCH FICKT EUCH Ihr könnt euch alle mal ficken FICKT EUCH EY Ihr dummen Trecks Wichser FICKT EUCH Ich bin tot und rede Ich bin ein Fall für die Suppenküche HILFE Ich bin gestört Lass mich los Du trecks Oh mein Negativ, die restlichen Augen lassen außen Doch geht noch glatt die Puste aus Seit wann dürfen denn Kinder bei der Polizei arbeiten? Ich bin kein Kind Was heißt Kinder? Na Kinder sind Sehen Sie hier irgendwo ein Kind? Das ist eine Person unter 18 Und Sie hören sich ganz stark daran Ich kann Ihnen aber meinen Ausweis zeigen Sie hören sich halt leider an wie zwölf Ja ich bin auch kein Kind Ja ich bin auch kein Kind Immer noch Ich bin kein Kind Ich weiß nicht wo Sie hier sind Ich bin kein Kind Warum hören Sie sich denn dann an wie elf? Schönen Tag hier noch Ja wünsch ich Ihnen auch Aber gehen Sie bald ins Bett Es ist ja schon spät Computerspiele Computerspiele? Das ist Fail-RP Ja alles klar Mein Glied Es tut so weh Mein Glied Sie müssten vielleicht die Hose ausziehen Mein Glied tut so weh Ich kann sie rausziehen Jetzt habe ich den Buki gestoppt Ich mache den Buki Oh bitte helfe sie mir Warum tanzt du denn? Bist du geistig verwirrt? Ja ich mach den Buki Bitte Hilfe Mein Rohr ist mein Glied Mein Glied schmerzt Oh mein Glied wurde so eh geheilt Es wurde geheilt Mein Glied ist geheilt Ich wurde eingerieben in Salbe Oh mein Glied ist voll mit Salbe Soll ich hier nun aussteigen? Ja Aber mein Glied schmerzt gar nicht mehr Oh deine Klamotten Willst du doch zurück? Ich weiß nicht Nein ich finde dieses Outfit eigentlich frech Ok wohin dann? Ich weiß nicht Wohin uns das Abendfeuer halt so treibt Hm? Was hast du doch grad gesagt? Wie lang sind sie? Wo wollen sie denn hin? Mir ist das Schnippe Ja wow Ich bin bei ihr eingestiegen Sie sind hier der Führer Alter Alter Ohr Bam 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 Bum Puff Deine Mutter Digga Der Maul Bist du ein K*** Ja nennt man nicht Du bist ein K*** Ja hab ich Ja weil ich fahre wie ich will alter Ja typisch K*** Typisch K*** Ey guck mal hier ist ein Nazi Sie sind hier drauf Ich bin bei der K*** Du sehen es aber nicht aus Sie sehen aus wie ein K*** Ja weil ich auch seit Er ist geflüchtet Wie ein Flüchtling Das ist ein Flüchtling Er flüchtet Auto zu Medik 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 Stehen bleiben Sie K*** Das ist der K*** Den erkenne ich auf 50 Meter Der kriegt jetzt erstmal ne Schelle ne Fährt hier zum zweiten Mal weg Ah Der Herr hat glaube ich Offline Flucht begangen Warte halt die Schnauzen Orange Haariger Voll Pfosten Na wenigstens bin ich kein K*** Wie du Alter was für Was für K*** Mexikaner du Arschloch Na Mexikaner Sind doch alles K*** Was hier Was bist du hier alter Du dummer Rassist ey So sie fahren jetzt beide weg Ich bin zwar rothaarig Aber dafür DEUTSCH Ja Rothaarig und ne Fehlgeburt Ey so n Ding ist das Besser als ein B**** zu sein Sie fahren jetzt weiter Rothaarige Rothaarige sagen für mich ganz krass Negatives Traumaleis Na gelb Du bist wohl Genese oder was Ich hasse Achtung Ah F**kt euch F**kt euch F**kt euch F**kt euch F**kt euch Und f**kt auch du dich F**kt euch alle Ihr könnt euch alle mal f**ken F**kt euch Ey Ihr dummen Treckswixer F**kt euch F**kt euch Schau du wo denn schon Geht weg mal von ihm F**kt euch F**kt euch Können sie jetzt auch Tote reden Achso ey Achso Ich bin tot und rede F**kt euch Ihr C*** Stimme Was ist das denn? Komm in den Knast mit dem Nein 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 Nicht in den Knast Lass mich ganz kurz hier Ich bin ein Fall für die Suppenküche Hilfe Ich bin gestört Hilfe Hilfe Ja der Herr mit dem Rollkamp Bruder einmal loslassen Ja warte ich kann ihn nicht los Lass mich los Alter was ist das Du treckst Oh mein Sie machen gar nichts Ich kümmer mich schon darum Schau du holen schon Du bist tot man Halt's Maui du Hursam Bist auch gleich tot Ich komm gleich mit tausend Abonnenten Wir machen ihr Wattmenü Action alter 50k Alter DEDAS 50k Mein DEDAS Wurden sie schon mal überfahren? 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 Oh sorry Oh ey ich hab Probleme Sorry 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 Oh shit oh shit oh shit Das tut mir sehr leid Ich hatte Probleme mit der Steuerung Also sie lassen nicht mich Oh hier sind Kinder Ich darf mich Kindern nicht nähern Ich bin kriminell Ich bin pädophil Hallo Ja kassieren sie? Ich hol mal mit dem Mikrofon raus Ja das halten sie einfach raus Dann haben sie schöne Windgeräusche Jojo Komm den müssen wir zusammenschlagen Das kann er nicht machen Scheiße Der Herr was 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 Kassieren sie was Das ist mein Auto Könnt ihr bitte aus dem Auto raus spielen? Nein Das ist mein Auto tatsächlich Nein Die Herren damit sie das verstehen Wir haben ein Dokumentationsfilm Über das Kassieren gedreht Das Kassieren? Ja Sollen wir jetzt laufen oder was? Wir nehmen jetzt ihr Wagen Nein Sie nehmen ihr Fahrzeug Wir nehmen lieber das geklaute Auto Kein Problem wir nehmen das geklaute Auto Langsam da sind Leute Sir Sir das können sie nicht tun Bei allem Respekt Das ist ein Dokumentationsfilm Über das Kassieren Das muss getan werden Nein Sir Das sind leider keine Schauspieler gewesen Das waren Schauspieler Das waren keine Das waren alles Ich habe die bezahlt Die Herren